Oh ja, schöne Gegner erwarten mich hier. So, drei Stück. Drei brauchen wir noch. Dann sind wir zufrieden. Hier. Nein, nur irgendein feuerspeienes Viech. Ich auch nicht. Hier unten. Hä, waren wir hier nicht schon mal? Ja. Hm, ein Rohr. Nothing here. Nothing here. Wir suchen Teufelsoldaten. Wanted. Dead or alive. Only accepted with a heart. So, so, so. Hm. Da ist einer. Ein Teufelsoldat, der... Komm schon. Ein Dämonenherz gibt. Ich denke mal, ich brauche noch zwei. Ich muss noch zwei finden und die haben ein Herz. Ah, da unten ist einer. Ja. Eins noch. Eins noch. Hm? Steht hier einer rum? Ich meine, theoretisch müssen die doch zu mir kommen. Die wollen mich da angreifen. Äh. Hier. Badewanne. Sofa. Ach nein, ich habe mich da erst gebadet. Und ausruhen würde ich mich gerade nicht. Dort hinten auch nicht. Dort hinten auch nicht. Badewanne Sofa. Mhm. Die hatten wohl einen ähnlichen Innenarchitekten. Hey, eine Telefonzelle. Äh. Ich... Ich will mal nach Hause telefonieren. Mal kurz. Nicht? Ne. Hm. Tja, keine Münzen dabei. Die Telefonzelle nimmt kein Palladium. Mal kurz. Hier oben. Wow. Ne. Kann man uns... Kämpfen wir uns hier durch. Die sind bloß in diesen Ecken. Und verstecken sich hier Monster? Ich meine, klar, es sind seltene Monster. Monster mit einem Herzen, aber... Why? So. Einer noch. Den habe ich bestimmt am Anfang gleich übersehen. Hier? Nein. Hier? Nö. Da. Da ist er. Komm her. Komm her. Ich reiß dir das Herz aus der Brust. Cool. Da soll man noch immer sagen, Computerspiele machen brutal. Pff. Was hat der denn getrunken? Ich meine, hallo? Ich schlachte hier irgendwelche Dämonen ab, ja. Und will ihnen die Herzen rausreißen. Wie im wahren Leben. So. Gut, wir haben alles beisammen. Ab ins Tor. Äh. Ja, ab ins Tor. Ist da... Sind die? Bin ich? Bescheid? Ach, nö. Ich hätte nur raus und rein gehen müssen. Ach. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr mit euch zu spielen. Gut. So. Jetzt wissen wir ja. Wir müssen ja rechts lang. Ich hoffe, es ist nicht alles wieder da. Scheint nicht. Gut. Das ist erfreulich. Mal gucken, ob ich richtig laufe. Hier. Haha. Hahaha. Grab des Orakels. Objekte nehmen. Kopf des Orakels. Äh. Oh. Heh. Ziemlich kompakt voll. Na gut. Chairman Cross Station. Dann können wir wenigstens gleich zurück. Oh. Irgendwas, das wir entpackt haben. Entpackt? Äh. Hehe. Was wir auseinandergenommen haben, hatte noch ein Nanoshart drin. Ich würde jetzt gerne mal meinen Handschuhen noch eine Fähigkeit dazu fügen. Äh. Beziehungsweise. Oder aufwerten vielleicht sogar. Oh. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Ich schaue es mir mal an. Aber erst wird erzählt. Mit Leuten, die unsichtbar sind. Jill will mit uns reden. Ja, ja. Du hast es geschafft. Du bist eines der wenigen Echos, die einen, einer möglichen Vergangenheit. Mann, ich meine, die Zeiten, als noch die Sonne schien. Daran erinnerst du mich. Du inspirierst mich. Ja, ja. Gib mir dein Zeug und dann ist schon gut. Danke, danke. Wieder ein Grund mehr, nicht als Luteos abendseliger Scherde zu enden. Ja. Ich habe irgendwie gerade nicht so viel Platz. Ist der Helm gut? Nö. Nicht wirklich. Was gibst du mir? Hm. Na gut. Palladium. Großartig. Ich wusste, dass du es schaffst. Wie es scheint, hat Ler mit seinem Lob nicht übertrieben. Aber, hm. Das scheint ein abgetrennter Dämonenkopf zu sein. Allerdings ist er noch ziemlich lebendig. Bist du sicher, das ist das Orakel? Hm. Nun, die Wahrheit nimmt für alle möglichen Formen an. Was? Ja, so muss es sein. Da muss es ja auch Wahrheit geben, die es zu finden gilt. Wir müssen nur herauspressen. Was wir brauchen. Entschuldigung. Vielleicht wäre ein direkter Ansatz sinnvoll. Orakel der Dunkelheit. Höre mich an. Ich suche die Wahrheit und befehle dir. Sprich. Ja. Ja. Okay. Ja. Gott. Gott. Vermutlich funktioniert es nicht, wenn ich dieses üble Ding bitte, die Wahrheit in unserer Sprache zu sagen. Was? Nein. Ich hätte wissen müssen, dass es nicht so einfach ist. Eine verderbte Serien stand auf der Schriftrolle. Natürlich ist das verdammte Ding nicht kooperativ. Tja. Das wird für eine Weile dauern, Vissel. Komm doch später wieder. Hoffentlich bin ich bis dahin mit dieser widerlichen Kreatur einen Schritt weiter. Ja. Ich gebe erstmal den letzten Quest noch ab. Den haben wir doch für Back erledigt. Toa. Oh. Hm. Fußball nah. Ich muss ja zugeben, ich bin nicht so Fußball-Mensch. Ich mag andere Sportarten. Äh. Ja, ich nehme gleich in den Quest dann. Hollywood. Nee, Holloway. Hollywood. Hm, äh, ja. I want to go to Hollywood. So, jetzt erstmal ein paar Analysatoren. So, 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 so. Vielleicht hört der, wenn ich klicke, wie ein Bekloppter und ich kriege nur ab und an meinen. Ähm, so. So. Mehr Schaden. Mehr Rüstung. Ruft des Auserwählten. Äh, ähm, 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 Verteilung gegen Betäuben mehr? Hm. Was ist besser? Ich weiß es nicht. Äh, he, he, he. Düdüm. Hm. Rüstung. Rüstung. Düdüdüdü. Hm. Oh nein. So viel Dornen muss zu irgendwas gut sein. Ein Gürtel. Uh. Ein schöner Gürtel. Boah, wir haben ja richtig mächtig. Okay, wir haben noch kein gutes Schild. Nee, kein wirklich gutes. Alle Attribute plus vier. Ah. Hm. Doch. Alle Attribute plus vier ist gut. Ist richtig gut. Auf jeden Fall besser. Aber vielleicht haben wir hier unten ja noch was Schöneres. Ich gucke mir erst mal noch den Grün an. Und der ist Mist. Ah, noch mehr Dorn. Nein. Nein. Eindeutig. Nein. Ich plädiere für Nein. Oh, Schwert der Rache. Nö. Muss nicht. Nö, muss auch nicht. Na komm. Hey, hier ist eine Adrenalinpille. Gut. So. Und du noch? Nö. Gut. Jetzt können wir noch die Arquete hier verkaufen oder zerlegen. Ist auch eigentlich ganz gut. So. Ich kaufe mir jetzt zur Sicherheit noch mal ein bisschen Analysatoren. Wo war ich? Kann man nie genug haben? Gut. So. Ich habe ja gesagt, ich will euch mal irgendwas zeigen. Augenmetrix 300. Not.